Willkommen zurück auf meinem Kanal, es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Im letzten Video hatte ich euch eigentlich vier Themen versprochen, nämlich einerseits, wie sich meine Werte in der Woche entwickelt haben, dann einen Vergleich zu dem gesamten letzten Monat, dann wollte ich auch noch ein bisschen über meinen YouTube-Kanal sprechen und zum Schluss wollte ich euch noch die Ziele präsentieren, die ich im Februar habe. Aber leider hatte mein Cutter ein Problem damit. Digga, das waren 45 Minuten. 45 Minuten! Das guckt sich doch keiner an. Ja, ich hab's verstanden, meine Güte. Sag mal, was machst du eigentlich? Wofür bezahle ich dich? Dafür, dass du nur im Türraum stehst? Du hast doch bestimmt schon wieder ein Video zu schneiden. Geh, mach das mal bitte. Dankeschön! Meine Güte! Wo war ich? Genau, leider hatte mein Cutter ein Problem damit, sodass wir nur die ersten zwei Themen auch wirklich ansprechen konnten und die anderen zwei Themen möchte ich euch aber nicht vorenthalten und deshalb geht's in diesem Video dann auch direkt mit den anderen zwei Themen weiter. Ich wünsche euch viel Spaß! Green Couch Beast! Ein wichtiger weiterer Faktor war, was tue ich, wenn ich mal keine Motivation habe und wenn ich mal sehr lustlos bin, wenn ich eine schlechte Phase habe, wenn ich vielleicht auch mal eine Zeit lang keine Ziele erreiche, wie schaffe ich's, dass ich weiter am Ball bleibe? Und da wollte ich halt diese zweite Motivation haben, also so eine Art Notfall-Motivation, die mit dem eigentlichen Thema vielleicht nicht direkt was zu tun hat, aber die mich dazu verleitet oder dazu drängt, dass ich weiter am Ball bleibe. Und das ist dieser YouTube-Kanal. Und ich muss sagen, das hat tatsächlich auch sehr gut funktioniert und sogar deutlich besser, als ich erwartet hatte. Ich hatte nicht gedacht, dass ich in meinem ersten Monat gleich zehn Videos raushaue, aber genau das ist passiert. Und ich hatte vor allen Dingen auch nicht gedacht, dass ich so viel Spaß daran haben werde, aber mir macht das unglaublich viel Spaß. Ich denke täglich darüber nach, was ich an Videos machen könnte, was ich noch für Ideen hätte, die man ausprobieren könnte. Ich habe auch schon ein bisschen was, was ich gefilmt habe, was noch gar nicht fertig ist. Also ich habe irgendwie drei oder vier Videos, die in der Pipeline sind. Ich komme fast schon nicht mehr hinterher. Also ich nehme häufiger mal was auf und dann merke ich, okay, das muss ich jetzt aber auch noch schneiden und dann muss das gerendert werden und dann muss ich mir das nochmal angucken und dann muss das hochgeladen werden. Und wenn es dann hochgeladen ist, müssen Thumbnails erstellt werden, dann muss diese Kapitelmarken erstellt werden, die ich immer erstelle. Also tatsächlich habe ich gerade mehr Ideen und Filme mehr, als ich schaffen kann. Und das zeigt mir, dass mir das Ganze sehr viel Spaß macht. Und vor allen Dingen überrascht es mich, weil ich mir das damals halt nie hätte vorstellen können. Und ich bin auch überrascht zu sehen, wie flüssig ich es gerade schaffe zu reden. Das hatte ich auch nicht erwartet, aber das ging bei mir tatsächlich am Ende dann doch rasend schnell. Und das erste Video, das war wirklich sehr, sehr krampfhaft. Und das habe ich ja auch extrem geschnitten, weil ich sehr viele Pausen gemacht habe, sehr häufig M gesagt habe, sehr häufig sehr unsicher gewirkt hatte. Und das hat mir überhaupt nicht gefallen, aber auch das Schnittergebnis hat mir überhaupt nicht gefallen. Und ich hatte gehofft, dass ich da irgendwie mal ein bisschen besser werde und dass das so schnell klappt, hätte ich nicht gedacht. Ich bin immer noch nicht gut, auf gar keinen Fall. Es gibt so viele Leute, die das alles noch so viel besser können als ich, aber ich merke, dass ich an diesem Ding auch irgendwie wachse. Und das gefällt mir wirklich sehr gut. Und deswegen bin ich sehr froh, dass ich diesen Schritt gegangen bin. Und ich hatte es ja schon gesagt, das hätte ich mir eigentlich gar nicht vorstellen können, dass ich das jemals tue. Und ich kann euch mal kurz erzählen, wie es mit diesem YouTube-Kanal angefangen hat. Also ich hatte diese Idee Ende letzten Jahres, dass ich das als zusätzliche Motivation machen möchte und dass ich es einfach mal ausprobieren möchte. Und dann habe ich das erste Video gedreht, gleich am Anfang irgendwie in den ersten Januartagen. Ich habe das am 5. Januar fertig gedreht und geschnitten gehabt und habe mir das angeguckt, war nicht zufrieden damit und habe das dann nochmal meiner Freundin gezeigt. Die meinte, ja, das ist okay, das kann man so machen. Und trotzdem hat es mich dann noch drei Tage gekostet, bis ich diese Scheu in mir überwunden habe, dass ich das Video dann auch tatsächlich hochlade. Deswegen ist das erste Video dann auch erst am 8. erschienen. Als das Video dann online war, habe ich es erst mal niemandem erzählen wollen. Und das ist tatsächlich eine Sache, die habe ich bis heute noch nicht groß gemacht. Also ich habe es bis heute noch nirgends groß propagiert. Das, was ich gemacht habe, war, ich habe ein paar Leute gefragt, von denen ich wusste, dass sie sehr viel YouTube-Erfahrung haben, weil das selbst alles YouTuber sind, wie sie denn meine Videos finden und ob sie mir denn Feedback geben mögen. Und die ersten drei Leute, die ich gefragt habe, das waren alles Leute, die ich halt auch nicht kenne, also privat kenne. Ich habe tatsächlich niemanden, den ich privat kenne, von meinen YouTube-Videos bisher erzählt. Meine Freundin ist die einzige Person aus meinem privaten Umfeld, die davon weiß. Weder meine Familie, noch meine Freunde, noch irgendwie Arbeitskollegen. Also ich habe es echt niemandem gesagt. Und irgendwie sträubt sich noch immer irgendwas in mir, das Leuten zu zeigen, die ich von Angesicht zu Angesicht sehe. Und das kann ich nicht erklären, woran das liegt, warum das so ist. Es ist halt gerade noch so, ich hoffe, das geht irgendwann auch mal weg. Aber aktuell habe ich halt wirklich nur Leuten Bescheid gesagt, die ich aus dem Internet- oder aus dem YouTube-Bereich kenne. Und da muss ich noch mal ein ganz großes Dankeschön an Robins Film Lounge sagen, denn das war einer der ersten drei, denen ich meinen Link geschickt habe und meinen Kanal geschickt habe. Er hat sich das erste Video von mir angeguckt. Er hat sich das direkt angeguckt. Damit habe ich auch nicht gerechnet, dass er sich das sofort angucken wird. Und er hat mir direkt Feedback gegeben. Und das war sehr ehrliches Feedback. Er hat mir gesagt, was ihm nicht so gut gefällt und was er besser machen würde. Aber insgesamt war das ein unglaublich positives Feedback. Und ich habe tatsächlich damit gerechnet. Ich weiß nicht, warum. Aber ich habe damit gerechnet, dass die Leute gesagt haben, ich weiß ja nicht, bist du dir sicher, dass du das durchziehen möchtest? Das sieht nicht so aus, als wenn das was für dich wäre oder so. Das war tatsächlich das Feedback, was ich erwartet hatte. Und ich hätte wahrscheinlich auch damit gleich wieder aufgehört, sobald ich dieses Feedback bekommen hätte. Habe ich aber nicht. Und das Feedback von Robin hat mir wirklich so viel Kraft und Mut gegeben, dass ich dann auch nach und nach weiteren Leuten davon erzählt habe. Und auch hier muss ich dann nochmal Dankeschön an zwei weitere YouTuber sagen. Das eine ist der Cinemanuel. Der hat sich meine Videos auch direkt angeguckt. War auch sehr begeistert. Hat direkt Kommentare dagelassen. Hat sich sehr viele meiner Videos angeguckt. Damit hatte ich auch nicht gerechnet, dass er sich gleich durch meinen gesamten Kanal klickt, gefühlt. Und hat dann auch direkt gesagt, Mensch, hey, ich würde für dich Werbung machen, wenn du da nichts gegen hast. Und ich habe gesagt, okay, kannst du machen. Mir ist das immer noch so ein bisschen komisch, dass Leute quasi meine Videos potenziell sehen können, von denen ich gar nicht weiß, wer das ist. Aber auf der anderen Seite, klar, es freut einen natürlich auch, wenn man mehr Leute hat, die man mit den Videos erreichen kann. Und die andere Person, bei der ich mich wirklich sehr bedanken muss, ist der Warhees82. Der hat sich meine Videos, oder der hat sich eines meiner Videos auch angeguckt. Anscheinend habe ich ihnen nur den Link zu einem Video geschickt und nicht zu meinem Kanal, sodass er sich nur das Video angeguckt hat, was aber auch nichts macht. Ich dachte mir, dass die Leute sich vielleicht ein Video angucken und dann ihre Meinung dazu sagen, ihr Feedback geben. Und ich mit dem Feedback vielleicht auch irgendwie was anfangen kann und sagen kann, okay, darauf könnte ich vielleicht mehr achten oder so. Aber Warhees82 hat mich direkt angeschrieben und hat gesagt, hey Mensch, ich finde das klasse und ich beschäftige mich mit dem Thema ja auch. Lass uns doch mal telefonieren. Und dann haben wir tatsächlich über zwei Stunden telefoniert mitten in der Nacht, weil wir keinen anderen Termin halt irgendwie gefunden hatten, wo es gerade für uns beide passte. Haben wir halt wirklich bis spät in die Nacht über zwei Stunden miteinander telefoniert, haben Erfahrungen ausgetauscht und es war ein unglaublich erbauliches Gespräch. Also genau, wir hatten halt ganz normal drüber gesprochen. Er hat mir seine Sachen erzählt, ich habe ihm meine Sichtweisen erzählt und insbesondere haben wir uns sehr stark inhaltlich über das Abnehmen dann auch ausgetauscht und was bei uns jeweils gut funktioniert hat, wie denn unsere Hintergrundgeschichten waren und so. Das war ein wirklich unglaublich tolles Gespräch, ein unglaublich erbauliches Gespräch und insgesamt auch von ihm wieder sehr, sehr, sehr positives Feedback zu meinen ersten Videos. Und das ist halt einfach Balsam für die Seele und dadurch, dass ich mich da so unsicher noch fühle und das Gefühl habe, dass ich diesen Kanal eigentlich niemandem zeigen könnte, hat mich das natürlich weiter motiviert und deshalb an dieser Stelle an euch drei nochmal vielen, vielen lieben herzlichen Dank. Aber danke auch natürlich an alle Leute, die sich meinen Kanal angucken und meine Videos angucken. Das sind auch ein paar Leute, wobei ich natürlich nicht weiß, wer diese Leute sind, zum großen Teil jedenfalls. Ich habe in den YouTube-Statistiken gesehen, dass meine Videos 172 Aufrufe hatten. Das heißt, 172 Leute oder 172 Mal wurden meine Videos angeklickt, entweder von unterschiedlichen Leuten oder vielleicht auch von denselben Leuten. Das weiß ich natürlich nicht. Das in 23 Tagen heißt, dass im Schnitt jeden Tag sieben Leute auf eines meiner Videos gegangen sind. Das ist, wenn man drüber nachdenkt, auch eine Menge. Damit habe ich gar nicht gerechnet, dass sich so viele Leute meine Videos angucken. Tatsächlich gucken sich die Videos, gucken sich die Leute die Videos nicht komplett an. Im Schnitt werden meine Videos nur 21% der Zeit angeguckt, also von der gesamten Laufzeit nur 21%. Was natürlich irgendwo schade ist. Das ist eine sehr kleine Zahl und zeigt mir aber entweder, dass meine Videos zu lang sind oder vielleicht auch zu uninteressant. Ich habe ja auch schon ein bisschen versucht, das Ganze aufzulockern mit kleinen, kleinen Einblendungen und so. Ich möchte auch nicht die ganze Zeit nur auf dieser grünen Couch sitzen. Das ist ja auch langweilig für euch. Aber es ist halt auf der anderen Seite auch ein Vlogging-Kanal und da gehört sowas halt auch dazu. Und ich selbst muss sagen, ich bin über jeden Zuschauer glücklich und wenn es auch nur zwei Leute sind, die sich meinen Kanal regelmäßig angucken, das ist mir tatsächlich egal. Ich habe diesen YouTube-Kanal nicht gestartet, weil ich Madeira kaufen möchte, sondern einfach, um mich selbst zu motivieren und am Ball zu bleiben. Und wenn ich eine einzige Person erreichen kann mit dem, was ich mache und es schaffen kann, diese Person zu motivieren, das ebenfalls zu tun, dann habe ich mehr erreicht, als ich erhoffen konnte sozusagen. Deshalb achte ich da eigentlich auch gar nicht so sehr drauf und ist mir das eigentlich auch egal, wie viele Leute sich das angucken. Aber natürlich freut es zu wissen, dass sich das ganze Leute angucken und auch hier ein riesengroßes Dankeschön an alle, die sich diesen Kanal angucken und sich dann auch in irgendeiner Art und Weise bemerkbar gemacht haben bei mir. Ein paar Leute haben mich nur privat angeschrieben, die werde ich jetzt nicht benennen, weil ich nicht weiß, ob das irgendwie einen Hintergrund hat, dass sie sich nicht unter meinen Videos gemeldet hatten, sondern sich privat bei mir gemeldet haben. Aber unter meinen Videos hatten sich gemeldet unter anderem der Super Cyric, das war der erste, der bei mir überhaupt kommentiert hat und der hat sich sehr viele meiner Videos angeguckt, regelmäßig kommentiert und das freut mich natürlich sehr. Und den Super Cyric kenne ich aus diversen Chats und Streams und das ist meines Wissens auch jemand, der tatsächlich sehr sportlich gebaut ist, denen das Thema Abnehmen und Gewichtsreduktion bei 123 Kilo eigentlich gar nicht so sehr interessieren müsste. Und trotzdem guckt er sich meine Videos an, trotzdem schreibt er regelmäßig. Das freut mich sehr. Danke dafür. Danke auch an Zauri Li. Das war die zweite Person, die bei mir dann kommentiert hat. Danke an den Süßwarenmesse-Fan, der sich auch viele Videos von mir angeguckt hat und kommentiert hat. Ich glaube irgendwie drei, vier Kommentare habe ich da schon gelesen. Und danke natürlich an Cinemanuel, der ebenfalls wieder viele Kommentare dargelassen hat und auch einige andere Leute auf meinem Kanal aufmerksam gemacht hat. Unter anderem den Ralfs Unboxing, der ebenfalls bei mir geschrieben hat und Efrains Filmstunde, der dann ebenfalls einen netten Kommentar dargelassen hat. Das hat mich wirklich sehr gefreut und deshalb an dieser Stelle danke an euch alle. Und damit kommen wir zum letzten Themenbereich, über den ich mit euch in diesem Video reden möchte und das sind meine Ziele für den Februar. Und bleiben wir einfach mal bei YouTube. Ich habe mir keine großen Ziele für YouTube gesetzt tatsächlich. Allerdings ist eine Sache mir aufgefallen, die mich auch ein bisschen stört und das ist, dass ich keine wirkliche Regelmäßigkeit, keine Routine drin habe. Was mir quasi aktuell so ein bisschen fehlt, ist so eine Art Struktur. Ich würde gerne sowas haben, dass ich sagen würde, ich mache Montag, Mittwoch und Freitag immer ein Video, das ich hochlade. Aktuell habe ich ein Video, das quasi eine feste Struktur hat. Das ist nämlich das Update-Video. Das soll wirklich jede Woche kommen. Und eigentlich soll das jede Woche am Sonntag kommen, aber das schaffe ich auch nicht immer. Dieses Video jetzt nehme ich hier in der Nacht zum Montag auf. Das heißt, das wird nicht am Sonntag mehr online kommen, leider. Aber das ist dann manchmal halt auch so. Aber ich möchte für den Februar gucken, dass ich da irgendwie ein bisschen eine bessere Regelmäßigkeit reinbekomme, dass ich vielleicht sagen kann, okay, die Update-Videos kommen immer montags und die Koch-Videos kommen immer am Sonntag oder so, sodass da ein bisschen mehr Struktur drin ist. Ich muss mal gucken, wie ich das Ganze hinbekomme. Das ist aber, wie gesagt, auch das Ziel, das mir am wenigsten wichtig ist und das ich dann verfolgen werde, wenn ich halt noch Zeit und Energie dafür habe. Kommen wir zu den anderen Zielen und das sind die Ziele, auf die ich mich wirklich konzentrieren möchte und wo ich halt auch wirklich diese Ziele einhalten und erreichen möchte. Und da haben wir wieder unsere drei Blöcke, sag ich mal, oder unsere drei Themenbereiche. Das erste ist die Ernährung und in der Ernährung möchte ich im Februar drauf achten, dass ich auch wirklich mir ein Kalorienziel definiere und dieses Kalorienziel auch jeden Tag einhalte. Das heißt, ich müsste mir einmal wieder ausrechnen, wie ist eigentlich mein Grundumsatz, wie ist mein Gesamtumsatz und wie ist das Kaloriendefizit, das ich erreichen möchte. Und dann muss ich mein Essen danach planen, dass ich dieses Kaloriendefizit auch einhalten kann und ich muss natürlich mein Essen auch tracken, damit ich weiß, ob ich es dann auch wirklich eingehalten habe oder nicht. Das heißt, ich muss dann auch wieder anfangen mit dem Kalorienzählen. Das kostet relativ viel Zeit, weil man quasi konstant daran denken muss, dass man, wenn man was essen möchte, das vorher abwiegt, in der Tabelle nachguckt, welche Werte das hat und diese dann halt auch einträgt in der Menge, die man halt gerade zu sich genommen hat. Essen ist da irgendwie so ein Automatismus. Häufig merke ich, dass ich mir mein Essen zubereitet habe und es nicht gewogen habe oder dass ich schon reingebissen habe und vergessen habe, die Werte halt irgendwie aufzuschreiben oder wenn ich mal daran denke, dass ich die Werte aufschreibe, dass ich nicht alles aufgeschrieben habe und irgendwas vergessen habe. Das ist etwas, da muss man erst wieder reinfinden. Das ist tatsächlich ein bisschen komplizierter, sag ich mal, weil es ein starker Eingriff in Routinen ist, die man einfach gewohnt ist, so zu tun, wie man sie halt seit Jahren getan hat. Aber das möchte ich diesen Monat dann auch tatsächlich angehen und das ist mein Ernährungsziel. Bei der Bewegung werde ich die 30 aktiven Minuten, die werde ich auf 60 aktive Minuten erhöhen. Ich habe lange mit mir gehadert, ob 60 nicht vielleicht ein bisschen zu hoch ist, aber tatsächlich habe ich ja 58 Minuten im Schnitt jetzt im Januar geschafft. Ich möchte mich steigern auf jeden Fall und das heißt, ich werde 60 Minuten daraus machen. Das klappt nicht immer mit Spazierengehen und das soll auch nicht immer mit Spazierengehen klappen, denn ich möchte jetzt auch Cardio-Einheiten einlegen, die ich auf dem Fahrrad mache, also entweder tatsächlich auf meinem Fahrrad, wo ich dann halt irgendwie hier um den See fahre oder so oder aber, wenn das Wetter mir gerade nicht zusagt oder ich gerade nicht irgendwie raus möchte, um den See zu fahren, dann wenigstens auf dem Ergometer. Ich habe hier einen Ergometer und dort möchte ich mindestens 30 Minuten jeden Tag auf dem Ergometer verbringen und das ist wieder ein bisschen mit einer etwas größeren Hürde verbunden, weil man sich natürlich entsprechend umziehen muss, dann natürlich auch schwitzt, hinterher sich dann auch nochmal duschen muss und so. Das heißt, da ist man dann eher geneigt dazu zu sagen, nee, das schaffe ich jetzt gerade nicht oder da habe ich vielleicht gerade jetzt keine Lust zu, das mache ich vielleicht später, das mache ich heute Abend und da würde ich mir dann gerne wieder irgendwie eine zweite Motivation dazu holen, also nicht nur das Radfahren an sich, sondern ich möchte auch noch so einen zweiten Faktor haben, der das Ganze nochmal ein bisschen angenehmer für mich gestaltet und da habe ich auch lange überlegt und ich habe tatsächlich was gefunden und ihr habt das schon an meinem T-Shirt gesehen, ich bin Fan von diesen Dingen hier, das sind die drei Fragezeichen, das ist eine sehr berühmte Hörspielreihe in Deutschland und ja, ich weiß, es gibt Leute, die sagen, dass Männer im mittleren Alter, die noch die drei Fragezeichen hören, ziemlich unattraktiv sind beziehungsweise man sich von denen fernhalten soll. So what? Interessiert mich nicht. Ich stehe dazu, ich höre sehr, sehr gerne Hörspiele, Hörspiele sind wie Filme nur für die Ohren und fürs Gehirn. Ich lese auch sehr gerne, aber lesen, während des Lesens kann man nichts anderes machen, Hörspiele kann man nebenbei hören und kann dabei zum Beispiel Fahrrad fahren und deshalb habe ich mir überlegt, aktuell, das ist tatsächlich die aktuellste CD und die habe ich auch noch nicht gehört, obwohl die schon ein paar Tage draußen ist, die Nummer 208. Ich habe so circa, weiß ich nicht, 100, 150 dieser Hörspiele auf CD zu Hause und einige davon hatte ich häufiger mal gehört, andere habe ich noch nicht so häufig gehört und es gibt auch so ein paar von den ganz neuen, die ich noch gar nicht gehört habe, weil ich einfach noch nicht dazu gekommen bin und ich hatte mir überlegt, dass es doch eigentlich eine ganz coole Sache ist, wieder in diese Hörspiele einzusteigen und die noch mal alle durchzuhören. Das heißt, ich werde anfangen mit dem Hörspiel Nummer 1 und werde mich dann durch die Hörspiele durchhangeln und immer, wenn ich merke, dass ich Lücken in meiner Hörspielsammlung habe, dann werde ich die dann auch auffüllen. Das heißt, ich, das motiviert mich natürlich auch, dass ich so ein paar Geschichten, die ich schon lange nicht mehr gehört habe oder die ich vielleicht auch noch gar nicht gehört habe, ich habe damals nur so die ersten 120, glaube ich, in meiner Kindheit gehört und dann habe ich später damit wieder angefangen, also hatte eine lange Pause dazwischen und dann erst habe ich irgendwann wieder angefangen. Das heißt, ich habe hier tatsächlich Material, das mich für 200 Fahrradstunden begleitet und das Jahr hat aber 365 Tage, das heißt, wenn ich mit diesen 200 durch bin, was mache ich dann? Ich sage mal so, ich habe auch noch ganz viele anderen Reihen, die mich interessieren und da wird sich sicherlich was finden. Idealerweise schaffe ich es, so lange Fahrrad zu fahren, wie eine so eine CD dauert und diese CDs haben meistens so eine Laufzeit von 40 bis 50 Minuten, das heißt, damit habe ich die 30 Minuten in jedem Fall dann auch drin. Ja, das zu meinem Bewegungsziel und ich habe lange überlegt, ob ich mir noch ein drittes Ziel formuliere, nämlich ein Ziel, was dann auch wirklich die Kilos betrifft, die ich abnehmen möchte und hatte mir überlegt, na gut, durch die Ernährung und die Bewegung steuere ich das ja auch, wie viel ich abnehme, aber ich habe mir dann gedacht, nein, ich möchte tatsächlich auch ein Ziel formulieren, denn letztendlich reicht es ja nicht, wenn ich zum Beispiel sage, ich mache jeden Tag 30 Minuten Fahrrad und stelle aber die ganze Zeit fest, dass das keinen Effekt hat, zum Beispiel, weil ich zu viel esse oder so. deswegen habe ich mir gesagt, nein, ich möchte mir auch für das Gewicht ein Ziel formulieren, um zu sehen, ob meine Maßnahmen tatsächlich irgendwie das auch erreichen, was ich wirklich erreichen möchte und die Frage ist natürlich, was formuliert man sich da für ein Ziel, was ist halt irgendwie ein gesundes Maß und da kann man halt einfach mal googeln und stellt dann fest, dass die meisten Leute sagen, dass ein halbes Kilo bis zu einem Kilo pro Woche, dass das ein gesundes Maß ist. Angewicht, das man halt verlieren kann pro Woche. Der Februar hat genau 28 Tage, das heißt, das sind genau vier Wochen und das wiederum heißt, dass ich maximal vier Kilo verlieren kann und man soll natürlich seine Ziele immer sehr hoch setzen, das heißt, das ist auch das, was ich mir als Ziel setzen werde, ich möchte im Februar vier Kilo weniger wiegen. Jetzt ist es natürlich so, dass man dieses Ziel eventuell auch nicht erreichen könnte und ich möchte nicht enttäuscht sein, wenn ich das nicht schaffe, deshalb habe ich mir gesagt, wenn ich alles über 500 Gramm pro Woche schaffe, also mindestens zwei Kilo abgenommen habe, dann bin ich noch zufrieden. Natürlich will ich das Maximum erreichen und möchte die vier Kilo schaffen, aber ich werde nicht irgendwie deprimiert sein, wenn ich nur drei Kilo geschafft habe oder so. Wenn ich aber weniger als 500 Gramm pro Woche mache, dann mache ich definitiv was verkehrt, dann kann ich nicht zufrieden sein, dann muss ich auf jeden Fall irgendwie gucken, dass ich dagegen ansteuere. Und ja, das sind meine Ziele für den Februar. Ich hoffe, diese Ziele konnten euch motivieren, euch ebenfalls Gedanken über eure Ziele zu machen und diese zu formulieren. Wenn ihr welche habt, schreibt mir das gerne in die Kommentare, das würde mich interessieren, was eure Ziele sind, falls ihr gerade auch versucht abzunehmen. Und wie immer, wenn ihr versucht abzunehmen, wünsche ich euch viel Erfolg bei dem Erreichen eurer Ziele. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut und bleibt gesund. Ciao! Ach, Manni, ich will dich da drauf! Ja, und dass ich weiter fleißig Fett abnehme, das, ähm, ne. Aber erstmal bin ich sehr zufrieden mit dem, was ich diesen Monat erreicht habe. Erstmal bin ich sehr zu... Und ich hab mich damit sehr schwer getan am Anfang der Woche. Ähm... Das habe ich ja auch extrem geschnitten. Schon wieder Tatütata. De... Vielen Dank. Willkommen zurück... Willkommen zurück auf meinem Kanal. Wo war ich? Äh, genau. Leider hatte mein Cutter ein Problem damit und, ähm, hm 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 Bitte, 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 bitte. Bitte, bitte, bitte. Bitte, bitte. Ich bin einer Zeit für eine Hörstelle, mit Ihren Schкаuchbärm Mäkwünsch.